Wo geht's hier lang? Was ist das denn bitte aus? Das sieht aus wie ein riesiges Netz. Uncool. Oh mein Gott! Das ist jetzt hier eine kleine Kackspinner. Hau mal zu. Hau mal zu. Ich würde ja sagen, frisst... ...fresst Orangen, ihr Dämmchen. Habe ich es getroffen in einer lebenswichtigen Stelle oder so? Ui! Ich frage mich, bin ich immer noch klein oder? Ach, ins Auge oder wie? Ah, was ist denn nun los? Lass mich raus! Nicht nett, Krap-Spinner. Kryostasis ist nicht nett. Ich brauche mich voll zu uhsen. Hallo! Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dieses Game. Auf allen Dingen nicht, wenn ich am Verwecken bin. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ich habe jetzt vielleicht erwartet, dass ich... Okay, ich kann hier wieder reingehen. Auch gut. Probieren wir es einfach nochmal. Nein! Spinne! Auftritt! Bitte! Schneller! Ach, Spinne. Weißt du was? Uncool. Wir wissen es. Du hast viele kleine Spinnenviecher, die der blind in den Tod folgen. Los, wach auf Spinnen! Du, du, du! Du, du, du! Du, du, du! Du, du! Neue! Ich bin... Du! Du! Es ist ein mini-boss-fight, das ist ganz schön a-crap. Ich kann nicht mal so schnellen Drehungen machen, wie ich eigentlich bräuchte. Soll ich das jetzt irgendwie ewig... Das macht so keinen Spaß, dämliches Ding. So macht das überhaupt keinen Spaß. Und wieder rein da. Was erwartet dieses Ding jetzt, das ich mache? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, ganz genau. Du machst hier gleich. In my face, Meister. Danke, das fängt ja schon super an. Ich hätte ja gerne gewusst, wo ich langlaufe, damit ich weiß, in welche Munition ich... in welche Richtung ich Munition abgreifen kann. Hm, auch nicht. Was war das denn jetzt? Irgendwie hat sich jetzt hier gerade meine Steuerung ein wenig umgekehrt, würde ich sagen. Aber egal, who cares? Einfach weiter probieren. Einfach weiter probieren. Ich werde schon irgendwann zur Lösung finden. Ich werde schon irgendwann zur Lösung finden. Ja. Ach, echt nicht. Los, Spinner. Komm. Njam, njam, njam. Du schläfst, denn Spinnen. Komm. Ich kann mich nicht schnell genug rumdrehen, als dass ich hier diese Spinnen irgendwie verprügeln könnte. Oh, es macht Glüsen auf, Alter. Hm. Was ist das? Das ist alles so nützlich. Weil dieses dämliche... Ich will mich eigentlich nicht beschweren, aber... Ein bisschen will ich mich schon beschweren. Ich kann so viel im Kreislauf. Ich bin auch noch schneller als sie, ist das nicht awesome. Ich frage mich eigentlich, warum die kein Leben dalassen. Ist es nicht ihr Job, als kleine Helferlein mir Leben zu geben? Hier, wer. Dann... Uui. Uui. Lauf, 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 lauf. Ach, so ein Spaß. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das wirklich das ist, was ich ja machen soll. Aber mir fällt gerade auch nichts besseres ein. Was muss ich jetzt mal so sagen? Ich meine, ich hätte jetzt noch irgendwie zur Auswahl, dass ich das Netz da drunter irgendwie kaputt mache oder so. Aber da wüsste ich jetzt wieder nicht wie. Und jetzt tötet es mich. Oh mein Gott! Stirb, Spinner! Stirb! Super. Schafft. Hat lange genug gedauert. War jämmerlich genug. Die Vorstellung, die ich hier abgeliefert habe. Umso mehr Zeit ist hier... ...zu lassen. Und mit meiner unglaublichen Macht von einer Viertelmelone werde ich jetzt da herüber huschen. ...wenn ich diesen Eingang hier finden sollte. Ui! Und dort erwartet mich. Was ist hier drin jetzt für mich? Gar nichts. Arsene. Hat sich hier wieder mal voll gelohnt, das alles. Eine leere Tür und noch eine leere Tür. Da müssen wir mit ihr mal wieder hier raus. Nehme ich zumindest an. Warum passe ich da nicht so durch? Was mache ich, wenn mir jetzt die Kristallkobusnüsse ausgehen? Hat daran schon mal jemand gedacht? Ja, genau so nehme ich. Dann hänge ich hier nämlich fest. Für immer. Bis das... ...und alles... ...zu viel wird. Bli. Ah, na, 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 na. Okay. Dann bleibt uns jetzt eigentlich... ...nur noch... ...das Zeug hier wegbringen. Und... ...ja... ...das war's. Also ich glaube, ich muss da auch nochmal in die Fabrik... ...in das Fabrik-Level. Und da nochmal Cranky besuchen mit... ...Lanky, weil das kann ja nicht angehen. ...das hier... ...ne ja, das ist ein... ...dämlichen Move noch nicht hat. Obwohl die hier verlangt ist. Das ist ja... ...eine Grausamkeit, die seinesgleichen sucht. Wenn ich verstehe, was ich meine. Ich auch nicht. Ist aber auch egal. Hui. Ach nein, wir haben ihre... ...wir haben ihre Banane noch gar nicht. Leute, warum sagt mir das denn keiner? 63... ...mhm... ...siebzig... ...dreiundsiebzig... ...dreiundsiebzig... ...vierundsiebzig... ...fünfundsiebzig... ...hätten wir auch das erledigt. Jetzt muss ich mir noch rauskommen, damit ich die Blaupausen abgeben kann. Und alle sind glücklich. So, auf, auf zu Snyde. Und ihr werdet alles mit... ...ansehen... ...mhm... ...kann ihn aus, na, wird hier umscht. Bla. Ah, schaut euch mal diese wahnsinnig unnützen Erfindung an. Ich werde in der Zeit etwas trinken. Wir werden es noch oft genug zu sehen bekommen. Lass mir die Blaupausen sehen. Awesome. So, wen haben wir hier noch zur Auswahl? ...junkie... ...und auf geht's. Jaja. Bla, bla, bla. Zieh deinen Scheiß ab. Der dämlichen Schweißermaske, die ich immer auf deine Haare gehalten habe. Und ja... Oh. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Bisschen der Mikro umgespielt. Bisschen hin und her geschoben. Nächster Kommen, bitte. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, was hier der Endbloss war. Sicherlich auch ein riesiger Dingenskirchensmann. Wer ist Mushroom Man? Yeah, 126. Wooo. So, awesome. De-ding, 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 de-ding. Ach nein, ich muss hier jetzt auch noch... Juhu. Oh, ich hasse dich nämlich, Ballons. So. Und auch dieses Ziel erreicht. Bei Lanky Kong könnten wir die anderen beiden auch noch holen, aber... Pff, das sind ja auch diese beiden, wie heißt's, Ballons Impulse. Oh, ich hasse dich nicht mehr erinnern, wie heißt's? Das würde ich nicht kommen. Und auch ein letztes hier. Awesome. Mo. Versteht ihr jetzt, warum ich es so sehr hasse? Es dauert so lange und... Ich meine, sich das Ganze einmal anzuschauen, ist hier ganz nett. Vielleicht auch zweimal, okay. Okay. Drei Mal mag vielleicht auch noch gehen, aber fünf Mal. In jedem Level. So. Jetzt schon 25 Mal. Na, wie viele brauchen wir? Drei Hundert. Pff, ganz schön hab ich. Wenn wir Pech haben, brauchen wir im letzten Level 500. Wäre reichlich ohne Außen. Frissen hier, Fress. Also wenn es die Schweinchen ein bisschen strecken würde, dann würde... Okay, jetzt würde es vielleicht noch nicht rankommen, aber... Äh... Das ist ja noch 75. Na, wenn wir erstmal die ganzen Dosis überhaupt keine Bananen zusammen haben. Was denn eigentlich immer noch so gut wie alle wären. Yay. Aber, ich würde sagen, jetzt wird es doch eigentlich hier... Naja, okay, fast. Wenn es sich ein bisschen Mühe geben würde, wenn es uns lieben würde... Dann würde es... Drankommen. Ach, nehm mal Didi. Didis rote Bananen. Deren Farben mir immer noch unerklärlich sind. Ich bin... Sag mal, aber sicher bin ich dafür, dass Chilischoten sind. Wäre doch mal verlassen, oder? Äh, Fress schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bäh. Jetzt würde er auch schon rankommen. Und ich würde jetzt mal nachschauen. Ja doch. Okay. Es wird angezeigt, dass man hier 100 Bananen gesahlt hat. Weiß wir nämlich extrem bonossen, wenn die dann auch wieder zurück auf Null gehen würden. Ui, ui, Fress, 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 alles leer, alles leer. Ich brauche nichts, brauche nichts, brauche nichts. Uhu, uhu. Uuah. Uuah. Genauso sieht es nämlich aus. Geh. Du, 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 du. So. Lassen wir uns mal überraschen. Was uns hier drin erwarten wird. Uuah. Muah. Ganz genau so. Du, 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 du.